Musik Für die Studios waren die Blockbuster natürlich eine ganz die goldene Eier legt. Aber sie haben Hollywood auch grundlegend verändert. Neu ist das Phänomen nicht, man spricht von Blockbusters mindestens seit Star Wars, vielleicht schon länger. Aber ausgebreitet hat sich das in den 1990er und dann in den Nullerjahren. Blockbuster sind zu dem geworden, was man einen Content nennt, also eigentlich gar keine Filme mehr, sie sind ein Inhalt, ein Produkt, ein Service, die geschaffen werden, um dann in unterschiedlichsten Formen durchdekliniert zu werden. Das kann eine Attraktion in einem Disney-Vergnügungspark sein, bei einer Disney-Kreuzfahrt, ein Videogame, eine Fernsehserie, auch Bücher oder Musik und so weiter und so fort. Für die Studios ist das also ungeheuer wichtig, aber auch ungeheuer teuer. Heute kann es über 300 bis 400 Millionen Euro kosten, einen Blockbuster zu machen. Und ein Großteil davon geht ins Business, in die Promotion für den Film. Das Risiko ist also enorm, da kann man nicht einfach flat straight rangehen. Man muss ein Produkt nehmen, das das Publikum schon ein wenig kennt. Und da gibt es für Blockbuster nichts Besseres als eine Figur, mit der das Publikum groß geworden ist. Spider-Man, Batman sind da ganz typisch. Die gibt es im Comic, im Cartoon, in anderen Bereichen. Da sind wir bei einem der Probleme Hollywoods. Es ist heute schwer, Neues zu schaffen, Risiken einzugehen, Experimente zu wagen, auch mal kühn zu sein. Kühnheit und Experimente werden also ausgelagert an spezialisierte Studios oder an unabhängige Produktionsfirmen, die den Markt testen. Und wenn die ersten Ergebnisse der Tests zufriedenstellend sind, finanziert das Studio den Blockbuster und ermöglicht ihm letztlich einen Welterfolg. Natürlich gibt es immer noch die großen Stars, Leonardo DiCaprio oder auch Matt Damon, aber man könnte sagen, der neue Matt Damon ist Spider-Man. Die Figur aus dem Comic, aus dem Manga oder dem Cartoon bringt das wahre Einspielergebnis der ersten Woche. Viel mehr als die großen Stars. Dabei waren die doch das Herz des Hollywood-Systems. Männliche, auch weibliche Stars waren eine Garantie, denn die sind ja schon bekannt. Man schaut sich diesen Star in seinem neuen Film an und hat den Eindruck, man erlebt Bekanntes im Unbekannten. Darin steckt die Kraft der Blockbuster. Sie erzählen eine Geschichte neu, rund um eine Figur, einen Helden, einen Superhelden, die aber irgendwie im Kopf des Zuschauers schon da waren. Wird Hollywood sterben? Ich würde sagen, Hollywood ist tot, es lebe Hollywood. Das ist ein ständiger Wandel. Man spricht ja von der Kreativindustrie und der entscheidende Teil ist dabei das Wort Kreativ. Das ist keine Industrie wie alle anderen, hier werden keine Dosenerbsen hergestellt oder Coca-Cola. Diese Industrie muss sich ständig erneuern. Gewissermaßen sind die Independence schon die neuen Studios geworden. Hollywood entstand, weil man sich von New York entfernen wollte, von den Trusts, um unabhängige Filme machen zu können. Und Filme machten in Hollywood vor allen Dingen die jüdischen Emigranten. Von Anfang an sind seitdem unabhängige Strukturen zu Majors geworden. Das gilt für Marvel, auch für Pixar, zum Teil für Miramax, auch wenn die bei Disney dann wieder raus sind. Und selbst bei DreamWorks gibt es eine Verbindung zu Disney. Es waren also immer die Unabhängigen, die sich hier eingekauft haben, die investiert haben, die gewissermaßen Disney geworden sind. Die Studios schlucken gierig, auch wenn das etwas kannibalistisch ist. Sie schlucken, sie nutzen das, was die Independence machen, also die Kreativität, die außerhalb der Studios oft stattfindet. All das wird aufgekauft und integriert. Und die Independence brauchen die großen Studios, denn Filme machen ist extrem teuer. Sie brauchen die Finanzmacht der Studios, die sozusagen Banken geworden sind. Es gab immer wieder Phasen des Wandels in Hollywood, es gab den Übergang vom Stumm zum Tonfilm, es gab die Anfänge des Farbfilms, das Aufkommen der Blockbusters, das Aufkommen der Kabelkanäle, heute nun Internet. Doch die Studios waren immer in der Lage, sich neu zu erfinden. Daher kann man kurzfristig durchaus besorgt sein angesichts der Entwicklung der Studios, aber mittelfristig stellt sich das eher positiv dar, denn sie werden das hinkriegen. Denn es muss ja sein, und das Kino macht ja auch in Zeiten des Internets weiter ziemlich erfolgreich seinen Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017